Okay, wir sind hier Coruscant und sind am Erobern. Wir wollen ja das Imperium besiegen. Also sind wir zu Coruscant geflogen, um es einzunehmen. Ein heftiger Kampf steht uns bevor. So, haben wir den Markt hier eingenommen. Jetzt kommen hier gleich die ganzen Gegner um die Ecke geschossen. Nein, noch nicht. Aber die sind... Ja. Es... Okay, komm. Verzieh dich. Wem? Imperialer Officer? Äh. Ich sehe da schon einen, der mir nicht ganz so gefällt. Oh Mann, wieso gehst du mir vor den Flint, du Idiot? Wo ist er denn? Da ist Luke. Ja Luke, komm, komm, da ist Palpatine. Maaan. So, jetzt ist er tot. So. Haben wir den schon mal eliminiert. Wir gehen hier in die Ecke, weil die so blöd sind, diesen Kapil hier komischerweise sofort einzunehmen. Ich hätte ihn ja sofort erobert. Ja, dann gehört er nämlich denen. Und das wäre dann sehr viel schwerer hier, weil die dann doch von links und von vorne und von rechts kommen würden. Aber da ja die Imperialen so blöd dafür sind, zeigen wir es ihnen, wie es geht. Ich habe noch mal eine Granate. Kann ja nie schaden. So, hier in die Ecke kurz rein. Oh Gott. Oh, wir haben das schon irgendwie. Ah, dann sterben wir auch sofort mit dem Statsche-Gewehr. Haben wir es noch? Haben wir es noch? Ja, wir haben es noch. Ja. Nein, was ist denn das? Ich sehe nichts mehr. Und da sind wir gestorben. Okay, jetzt haben wir es nicht mehr. Glaube ich zumindest. Jo, jetzt haben wir nur noch mal ein Blasser. Da war doch ein... Mann. Habt ihr euch auch mal gepeilt, dass der KP nicht mehr unter eurer Kontrolle ist? Komm. Oh, oh. Ja. Was? Nein, nein, nein. Komm. Nein, Mann, Mann, wir sind... Oh, ihr seid noch nicht getroffen. Aber... Blödheit ist ein bisschen schmerzhaft bei... Wieso übernimmt er die nicht? Werft doch einfach eine Granate, Frieda. Ja. Was, wo kommt's... Wo kommt denn der her? Ja, ich weiß, was da ein Tupac ist. Danke, dass du mir noch nicht hilfst, du blöde... Schützin. Ach. Ja, ja, siehst du, das war der Erspruch. Ja, Luke, jetzt mach mal was. Ah, der konzentriert sich natürlich nur auf mich. Ja, komm, Botana, wieso machst du nicht mal alles und so und... Ich weiß nicht. Ich laufe hin und treffe nicht. Ich bin so blöd dafür. Haha. So, sparen mich. So. Wo ist denn eigentlich... Mr. Imperator persönlich? Mann, hallo, da vorne ist der Kontakt, nicht? Unten. Ja, komm, Luke. Oh, Entschuldigung. Ja, doch. Na, toll. Wenn man von ihm spricht, dann kommt der auch. Ah. Das war ein Sniper, aber was macht die da hinten eigentlich wieder, Jungs? Muss ich alles alleine machen? Das ist... Furchtbar. Haben wir den Hintergrund wieder eingenommen? Ja, gut. Komm schon. Was? Ja, danke, Luke, dass du den nicht mal gleichplatten machst. Aber macht ja nichts, ne? Ich stehe aufs Sterben. Furchtbar. So, wo ist denn jetzt der Blödmann, Luke? Okay, ich glaube, der ist da oben. Das war aber nicht Palpatine. Ne, okay, das war diese dunkle Truppe mit seinen Bolzenwerfern. Gut. Ich dachte schon, jetzt hier Palpatine. So, äh, wenn haben wir denn da... Ne, ach, nein. Granate! Mist, bin trotzdem gestorben. Habe ich jemanden mitgenommen? Nein, keiner ist an die Granate gelaufen. Okay. Hä? Das ist bestimmt Palpatine. Luke, ja, komm. So. So, hier rein. Los, Leute. Ja, wir sind am Gewinn. Und Tschüss. Komm. Helf ich euch mal, weil ihr mal wieder so blöd seid und nix rafft. Ja, ich weiß. Andersrum dürfen sie mir folgen, aber ich darf ihn nicht folgen. Ach, furchtbar. We get the command post. So, ähm. Hm. Schlechter darum. Wir können auch hier diese Teile kaputt machen. Wo ist der Technikhelm mit der Schrot? Hab ihn noch ganz deutlich gesehen. Seltsam. Was macht ihr denn da oben? Ja, was haben wir denn hier? Wollen wir hier noch welche? Okay. Victory. Haben wir so ein Wetter geboren und damit sage ich. Bis zur nächsten Folge Star Wars Battlefront 2. Und macht's gut. Euer Frieder.